Servus, servus, aus zum Schaden Bayern, hier ist der Sam Schmeier, Vater, Produkungscoach, Lieblingspsychologe, mein Programm führst du auf lebeschip.de. Schaut auch gerne mal in mein neues Mentale-Programm rein, ansonsten www.liebeschip.de findest du meine Beziehungskurse. Ja, wir haben mal wieder so eine Geschichte, ich habe es wahrscheinlich in den Titel geschrieben, worum es geht. Ich sehe hier nur schon wieder hochtoxisch, manipulativ, Love-Bombing, Gaslighting, ja schauen wir mal. So, ich heiße Andro Vetschkula und bin in den 50ern, nach vielen Jahren Ehre in zwei hochtoxischen Beziehungen, die alle unmittelbar aufeinander folgen, bin ich jetzt seit zwei Jahren glücklich als Single. Ich bin endlich bei mir angekommen und frage nicht mehr, was ist mit meinem Partner los, warum behandelt er mich so schlecht, sondern meine Fragen sind, was stimmt mit mir nicht, warum lasse ich mich so schlecht behandeln, ist ja schon mal ein Riesenschritt weiter. Ja, inzwischen habe ich viel aufgearbeitet, bin nur auf der Suche nach, nicht auf der Suche nach einem Mann, sondern lebe mein Leben und fühle mich sehr wohl. Ja, es ist besser, besser glücklich Single als Unglück in einer Beziehung. Ja, lieber Taube in der Hand als Spatz auf dem Dach, ne. Ja, so. Mein letzter Partner war ein hochtoxischer, manipulativer Mensch. Ich fuhr das ganze Repertoire seines Charakters von Lovebombing über Gaslighting, Schweigebehandlung, Lügen, Betrügen, Projektionen, Kontrolle, Eifersucht, ständigen Schluss machen und Ausnutzen. Meiner Gutmütigkeit habe ich alles mitgemacht. Und er hatte noch mehrere Frauen nebenbei. Ja, das ist ja so das richtig schöne, volle, hochtoxische Fliegenpilzmenü hier. Okay, nach zwei Jahren Beziehung war es für ihn dann scheinbar vorbei. Leider total vergessen, mir das auch mitzuteilen. So verging das dritte Jahr mit ständiger, schlechter Laune und depressiven Episoden und schließlich Einweisung in die Tagesklinik mit eben dieser Diagnose. Vermute mal jetzt über dich und nicht über ihn. Oder er sogar, keine Ahnung. Also kam es, dass er viel nicht mehr in unserem Zuhause wohnte, sondern in seiner Wohnung, die er noch als Backup hatte. Heute ist mir klar, dass in dem Jahr für ihn, also ich weiß jetzt immer noch nicht genau, wer da jetzt in der Klinik war, aber ist vielleicht auch nicht so wichtig, dass für ihn unsere Beziehung schon Geschichte war. Ja, jedoch mir ging immer so tat, dass er mich liebt, wir noch zusammen sind und erledigt liegt aufgrund seines Zustandes. Sagen wir doch eher in der Klinik. Etwas Ruhe braucht. Ich hatte Verständnis, machte aber bei einem Gespräch in der Klinik, zu dem ich eingeladen wurde, in Anwesenheit der Therapeutin deutlich, dass mein Geduldsfaden am Ende des besagten Jahres zu Ende wäre. Sie hatte mich gefragt, wie lange ich ihm Zeit geben würde, wieder nach Hause zu kommen. Dann wurde er entlassen und meldte sich dann direkt bei einer Dating-App an. Als ich es rausbekam, behauptete er, dass er nur schauen wollte, ob ich da angemeldet bin. Ja, das nennen wir doch Gaslighting, oder? Ja, ich habe da gar nichts mit zu tun. Das Handy, da ist ein Virus auf meinem Handy. Es hat sich angemeldet in einer Dating-App und ich weiß gar nicht, wie das kommt. Ich wollte eigentlich nur testen, ob sie auch in Bangladesch funktioniert, die Dating-App, aber auf einmal war ich hier in Berlin in meinem Pool. Keine Ahnung. Plötzlich habe ich Frauen angeschrieben und gezwungen, zu ihnen nach Hause zu kommen. Ja, da kann er noch nichts dafür. Was soll man da machen, ne? Das ist schon unglaublich, was die Menschen so sagen, ey. Ich bin komplett ausgeflippt und sage ihm, er soll seine Sachen abholen. Gleichzeitig war ich natürlich am Boden zerstört. Jetzt kommt meine Schwester ins Spiel. Was habe ich überhaupt diese Mail schreibe? Meine Schwester ist jünger und sie hat ihm von Anfang an super gefallen. Deshalb hat er sich auch gleich zu Beginn unserer Beziehung auf Social Media angeschrieben, um mit ihr in Kontakt zu kommen. Ja, ich kann immer wieder sagen, Scheiße und Earbreaker. Ich meine, rückwirkend ist es jetzt, wie es ist, aber wenn am Anfang einer Beziehung ein Mann deine Schwester anschreibt, es ist vielleicht, sollte wirklich so, wirklich, also Red Flag hoch 10, sofort Reißleine ziehen, beenden, tschüss, das war's. Das ist genau, was ich meine mit meinem Konzept mit Standard und Earbreaker. Ihr könnt einfach, wenn sowas passiert, kann man sofort, kann man das sofort beenden. Das wäre wirklich gut, weil das, und wenn man das nicht macht, dann muss man sich wirklich, wie gesagt, rückwirkend ist das jetzt uninteressant, aber muss ich wirklich fragen, was ist mit dem, warum hat man keine Standards so, ne? Als wir unserem großen Krach und im Seiten der Fall unserer Beziehung heute, bot sie ihm an, mit ihm zu reden, um ihn aus Sicht einer Frau wieder in die richtigen Bahn zu lenken. Ja, habt ihr die Mail nicht gelesen vorher? Mal gucken, ich bin sehr gespannt, was jetzt passiert. Da wir uns immer noch gut verstanden hatten, will ich dich ein. Warum sagst du eben nicht, ey, äh, was so, das, was, was willst du von meiner Schwester, ey, also, ich meine, der Drops ist eigentlich schon gelutscht an dem Punkt, wo, ganz am Anfang, also, finde ich schon völlig, völlig, ich weiß, mir fehlt gar kein Wort dafür ein, also, wirklich Steigerung von Red Flag, hoch Red Flag, hoch Red Flag, so. Äh, noch am selben Abend, vorher zu ihr, bei diesem Gespräch, äh, muss er sie so in seinen Mann gezogen haben, dass sie fortan wie hypnotisiert von ihm war. Ich bin kein Freund von dieser passiven Schreibweise, äh, ich würde sagen, deine Schwester hat sich einfach fucking illoyal verhalten, also, hat sich von ihm um den Finger wickeln lassen, und hat, und mal ganz ehrlich, das weiß man doch, dass sowas kommt, ich, ich, ich meine, ich kenne deine Schwester jetzt nicht, aber ich, nur mal so als Frage in den Raum geworfen, hat sie das nicht vielleicht von Anfang an so, vielleicht auch unbewusst in Kauf genommen, dass sowas passiert, weil sie ihn irgendwie gut findet. Ja, in Liebe und Krieg ist ja immer alles erlaubt, und wir machen einfach, äh, krasse Sachen, wenn wir Leute gut finden, und wenn es, äh, der Freund der Schwester ist, ne, oder, das, äh, gibt es ja tausende Geschichten, ne, so, was weiß ich, dann der beste Kumpel, die beste Freundin, Schwester ins Spiel kommt. Das Leben ist leider kein Ponyhof, kann ich, stimmt ganz neu für euch, aber kann ich euch sagen. So, äh, sie kam mich dann plötzlich trotz der Entfernung ganz oft besuchen, jedes Mal kam es so, dass sie sich mit ihm verabredet, ich muss dich schon fragen, wo sind deine Standards, sorry, echt, und immer wieder Gründe fand ihn zu treffen, statt mir loyal zu, ihr sagt, ja, das ist fucking illoyal, genau, sogar von meinem Auge textete sie mit ihm, ach, ist das Erzende, sie haben von meinen Augen geflirtet, war eine Wut darüber, fand sie übertrieben, denn, sie wäre ja nur freundlich, ja, da hat deine Schwester dich auch gegessen heute, so, ne, tja, ist so, so ist das Leben, äh, für mich nahm das ziemliche Ausmaß an, ich bat sie den Kontakt einzustellen, als sie dem Wunsch auf keinen Fall nachkommen wollte, stellte sie vor die Wahl, entweder brichst du den Kontakt ab, oder ich breche den Kontakt zu dir ab, here you go, das gefällt mir, so wird geredet, zack, 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 umdrehen, Macht zurückholen, äh, und je weniger ihr an Menschen hängt, ist natürlich in Ordnung, Menschen wichtig zu nehmen, und sie auch nicht vorschnell loszulassen, aber, eigenen Standards sollten immer wichtiger sein, und vor allem D-Breaker, und je weniger ihr daran hängt, werdet, werdet fucking unbesiegbar, wirklich, wenn ihr, irgendwann nur noch, eure eigenen, also, wenn eure Standards, unbrechbar sind, ne, sie entschied sich für ihn, ja, aber gut, du hast dich vor der Entscheidung gestellt, und, ähm, also, ich würde mit so einer Schwester nichts mehr zu tun haben wollen, ähm, für lange Zeit, aber, naja, das wäre, da wäre für mich ja der Dropster gelutscht, muss ich ganz ehrlich sagen, nein, jetzt kann man natürlich sagen, wo Liebe hinfällt, ne, aber, ja, können sie ja machen, aber dann, ja, das ist halt für dich nicht akzeptabel, ne, bis dann halt so, ich glaube nicht, dass sie wirklich was von ihm wollte, das verstehe ich jetzt nicht, aber ich kenne deine Schwester nicht, das fühlte sich eher so an, als würde sie eigentlich mal ihre große Schwester untertrumpfen wollen, ich kenne eure Dynamik nicht, aber, ich glaube, dass sie eben auch gut waren, so, ne, zwei Jahre nach meiner Trennung meldete sich meine Schwester und fragte, ob wir nicht wieder miteinander reden wollten, ja, also reden ist ja, natürlich sollte man mit einer Schwester wieder reden, nur ich, bei mir wäre da, glaube ich, ganz großer, ganz großer Gartenzaun und, ja, also da weiß ich nicht, da müsste schon, müsste schon viele Wasserfälle den Wein, den Rhein runterfließen oder wie man sagen soll, ganze Eisberge, dass, das wieder in der Reihe wäre, ich stimmte zu und wir hatten ein gutes Gespräch, wo ich ihm alles erzählte, was mir mein Ex angetan hat, sie erzählte mir, dass er sie vor kurzem besucht hat mit seiner Neun, der Typ hat scheinbar überhaupt kein Gewissen, die Welt ist, ähm, partiell schlecht, was soll man dazu sagen, das ist einfach ein fucking Ehrenhaus, ja, meine Schwester fragte mich, was ich mir von ihr wünschte in Bezug auf ihn und ich sagte, kein Kontakt mehr, okay, fair enough, gut, immerhin haben sie ja scheinbar keine Beziehung angefangen, dann, ähm, äh, ja, kriegt man das, vielleicht kriegt sie das so wieder hin im Gespräch, wäre ja super, äh, ich habe mich über die Frage sehr gefreut, aber schon, viele, sechs Wochen später bekam ich heraus, dass ich schon wieder freudig mit ihm kommunizierte, ja, jetzt kriegst du leider das gleiche Frühleben mit deiner Schwester rein und wieder, ähm, also dir zeigt es ja das Leben, dass zu viel, ähm, dass den Menschen zu viele Chancen gibt, so, ne, also, würde ich jetzt sagen, ich könnte ja mal kommentieren, was ihr so seht und dann musst du diese Lektion halt lernen, dann musst du halt, also, ja, es hast dir wieder eine Chance gegeben, wieder eine Chance und wieder eine Chance und dann muss man auch mal sagen, jetzt, das war es, jetzt reicht es, also, ich will jetzt nicht sagen, dass du auf null Kontakt zu dir gehen sollst, aber, ich sag ja, dass, ich finde, meiner Ansicht nach muss man alle Leute gleich behandeln, vielleicht ist man Familie, gibt man eher nochmal eine neue Chance, äh, also, irgendwann mal, oder, also, weiß ich nicht, aber, das ist, weiß ich nicht, also, würde ich, ich würde mich auch, heutzutage, habe ich früher auch gemacht, nicht mehr aufregend, einfach sagen, alles klar, mach das, aber ich bin, ich bin hier raus, ne, und, such dir Leute, äh, oder Ersatzfamilie, die sich besser behandeln, ne, also, sie darf das natürlich, aber da muss sie eben auch die Konsequenzen tragen, ne, äh, sie sagt ja im Grunde genommen, was er will ist, oder, oder meine, komisch, meine eigenen komischen Gefühle, und was er will ist, wichtiger, als was du jetzt willst, das darf sie natürlich, ne, aber damit, ja, wir dürfen alles Mögliche machen, wir müssen nur die Konsequenzen, dann musst du eben die Konsequenzen akzeptieren, ne, aber die musst du definieren, aber da kannst du ja nicht immer wieder ankommen, und, und dann macht sie wieder, ach ja, es tut mir leid, und dann, bumms, äh, ist sie wieder mit ihm, irgendwie am Machen und Tun, und weiß nicht was, ähm, und schieb auch nicht alles auf ihn so, ne, dass, dass er jetzt so ein Magier ist, da jede Frau, ähm, weiß ich nicht, es macht ja sein, dass er ein guter Flirter ist und alles, aber ihr habt jetzt, habt ihr auch nochmal geredet, jetzt macht sie das wieder, ähm, ich weiß nicht, äh, zusätzlich hast du ja auch noch vor, der Nächste mit ihrer ganzen Familie in die Stadt zu kommen, um, äh, ja, um da zu was zu gehen, wo er auch ist, ähm, ähm, ja, also scheinbar hat er, ähm, hat da ein Ex hier so eine herausgehobene Position, und, ja, wie soll ich mal sagen, hat vielleicht ein Muster, ähm, aus dieser herausgehobenen Position, äh, Frauen zu daten, und, ist dann vielleicht nicht ganz ehrlich, dass er eigentlich gar keine Beziehung möchte, weiß ich nicht, ähm, und, ja, äh, Frauen stehen auf Status, vielleicht steht da eine Schwester jetzt auch drauf, aber das ändert alles nichts an den, an den Sachen, und dass sie dir gegenüber nicht loyal ist, so, ne, naja, das ist schon eine blöde Sache alles, ne, als ich das gehört habe, habe ich ihre Nummer gelöscht, für mich ist sie keine Schwester mehr, also ich kann es verstehen, also wie gesagt, ich, bei Familie bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil, letztlich muss es jeder selber wissen, aber ich kann es, ich kann es verstehen, ich kann es ehrlich sagen, ne, ich hätte gerne von dir gewusst, ob es richtig ist, zur Schwester den Kontakt abzubrechen, wenn sie einfach nicht aufhört, sich mit meinem Ex zu treffen und zu schreiben, obwohl sie weiß, was er mir angetan hat, ja, ja, ich denke, also ich, ich fühle das, ich kann jetzt nicht so, so sagen, das muss jetzt jeder so machen, wie gesagt, es ist, deine Schwester hat jetzt kein Gesetz gebrochen, oder so, nur die hat dich in eine Situation gebracht, wo, wo sie dir deutlich gemacht hat, welche Priorität, du für sie hast, und diese Priorität ist nicht sehr hoch, die, dieser Ex hat eine viel höhere Priorität, und, ähm, und sie hat sich jetzt entschieden, ähm, das wichtiger zu nehmen und den auch noch hier irgendwo so ein bisschen zu hofieren fast, obwohl er dich total scheiße behandelt hat, und damit, ja, äh, packt sie dich ganz hinten an, was ja dein Ex eigentlich auch gemacht hat, also Chris ist jetzt gleich nochmal so präsentiert, und, äh, und das darf sie, ne, nur, ja, da muss man halt damit rechnen, dass vielleicht die Schwester die Nummer, das, ja, das, also, ich, ich kann das verstehen, muss ich ganz ehrlich sagen, ob das jetzt, äh, für immer ist, ähm, das ist, das muss man jetzt gar nicht überlegen, also, jetzt möchtest du erst mal keinen Kontakt mehr, und ich würde auch, ich würde dir raten, also, gerade auch, du musst dir auch noch heilen von deiner eigenen Beziehung, ich, äh, äh, ich würde immer sagen, man sollte Leute vermeiden, die mit so toxischen Exen in Kontakt sind, also, da muss man sowieso einen Riesenbogen drum machen, allein deswegen ist deine Schwester eigentlich schon raus jetzt, und, äh, ja, ich würde, ich würde mir da mal innerlich eine Zeit setzen, wo du einfach auch, äh, also, was ich jetzt machen würde, vielleicht hilft dir das, ich würde sagen, so, ich nehme mir jetzt mal, sechs Monate und gehe auf null Kontakte, und egal ob sie sich meldet oder nicht, ja, ich werde kein Wort mit ihr reden, und wenn sie, ähm, sowas würde ich, glaube ich, machen, würden vielleicht andere auch hart finden, aber, irgendwelche Familien feiern, wo sie ist, wo ich nicht hinkomme, und das, ja, also, ich neige auch dazu, dann sehr hart zu sein, aber, ja, ich meine, dir tut es einfach nicht gut, und ich glaube für dich, vielleicht kannst du das in ein paar Jahren mal alles lockerer sehen, aber, äh, jetzt brauchst du, glaube ich, wirklich für dich mal klare Grenzen, das ist ja wirklich wie so ein toxischer Wirbelwind, der da durch dein Leben fegt, und dass du da einfach mal einen Grund rein kriegst, und sagst, sorry, Menschen, die mich so behandeln, haben keinen Platz in meinem Leben, so, ne, und dann soll deine Schwester erstmal, nicht nur mit Worten, sondern mit Taten beweisen, dass es da eine Änderung gibt, aber, bis, aber, egal was sie jetzt macht, glaube ich, tut dir mal, eine längere Zeit null Kontakte, glaube ich, sehr gut. Ich hoffe, das war so in deinem Sinne, und wir hören uns bald wieder, und sehen uns bald wieder, bleibt auf einer der vielen Lesungen, die dort stattfinden. und sehen uns bald wieder, Lieutenant king. »